Digger lass mal China traveln, erstmal fett Corona getten Lass dann mal nach Italie, dann zurück nach Germany Corona-Partys, Bier, saufen, Shisha rauchen, alles draußen So schlimm ist es nicht, ich bin clean, die Alten nicht Warum Quarantäne? Ich krieg davon Migräne Klopapier ist leer, keine Nudeln mehr Bin so eingeschränkt, Aldi Best Friend Konsole brennt, Corona ist jetzt Trend, jo Diese Situation ist ernst und sie ist offen China, 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 I have to have my China China, 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 China Russlandfall und Atemnot Kick dein Fieber, dann kommt der Tod Quarantäne, Wochen lang Alles dank Corona-Band Flunsom Sooo Profund